Hast du gewusst, dass der tropische Moringa-Baum die nährstoffreichste Pflanze der Welt ist? Was bedeutet das für deine Gesundheit? Der Moringa-Baum wächst nur in tropischen Gegenden. Und zwar darf die Temperatur nie unter 15 Grad fallen. Wenn das der Fall ist, dann stirbt der Moringa-Baum ab. Er ist eine wirklich tropische Pflanze, die pro Jahr wächst zwischen 5 und 8 Metern. Man kann fast zuschauen, wie er wächst. An diesem Baum kann man alles essen. Von den Wurzeln, über die Rinde, die Blätter und die Früchte. Ganz speziell, was wir in der Medizin verwenden, sind die getrockneten Blätter. Man erntet die Blätter, muss sie trocknen. Und diese Blätter nun enthalten unglaublich viele Mikronährstoffe, die unser Körper braucht. Es sind 90 bio-verfügbare Wirkstoffe bekannt. Es sind in Tat und Wahrheit wesentlich mehr. Aber diese 90, die bekannt sind, da sind viele Vitamine dabei. Auch Mineralstoffe. Und das ganz Spezielle, es sind die Aminosäuren. Die Bausteine unserer Eiweisse, die wir unbedingt brauchen. Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren und 18 davon sind im Moringa-Blatt enthalten. Das bedeutet, stell dir mal vor, dass in Afrika die Proteine auf den Bäumen hängen. Es gibt Kinder, die verhungern unter diesen Bäumen, weil die Menschen dort nicht wissen, welche Nährstoffe in diesem Baum enthalten sind. Zwei Beispiele. Wenn man getrocknete Blätter nimmt und das vergleicht mit dem Gewicht, zum Beispiel von Milch, haben wir in Moringa-Blättern 17-mal mehr Kalzium als in Milch, bei der gleichen Menge. Oder wenn man es vergleicht mit Karotten, 25-mal mehr Vitamin A. Auch hier wieder in Afrika erblinden Kinder aus Mangel an Vitamin A. Die Medizin hängt oben auf dem Baum und die Menschen wissen es nicht. Die Menschen in Afrika vertrauen der westlichen Medizin. Dabei haben sie die Heilmittel vor der Haustür. Es ist so wichtig, dass man diese Botschaft hinausträgt, damit überall die Menschen wissen, dass es in der Natur gibt es Wirkstoffe, die gegen viele Krankheiten heilend wirken. Wenn du mehr wissen möchtest, unten findest du einen Link. Auf der Seite hat es viele weitere Angaben, welche Mikronährstoffe in welcher Menge in diesem Moringa-Blatt enthalten sind. Was hat das für eine Bedeutung für die Gesundheit? Ich gebe Moringa nicht ab bei spezifischen Krankheiten. Für mich ist das das natürlichste Polyvitamin. Anstatt irgendein Vitaminprodukt zu kaufen, kannst du Moringa konsumieren. Da hast du alles drin, was dein Körper braucht, auf natürliche Art, weil bei den Vitaminprodukten sind sehr oft auch synthetisch hergestellte Vitamine dabei. Beim Moringa hast du alles auf natürlich. Einfach ein Gesundheitsprodukt, natürlicher Art, ohne spezifische Wirkungen bei bestimmten Krankheiten.